Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Silokinen und ihr seht schon wieder die Tier-Challenge. Das bedeutet nur Tiere, keine Infanterie. Genau und wir kämpfen gerade gegen die Ägypter. Das dürfte eigentlich eine relativ einfache Schlacht werden. Also hoffe ich doch. Er hat glaube ich nicht sehr viele Kabellaristen und genau also Ziel dieses Gefechtes ist es natürlich zu gewinnen. Ach nee. Aber unseren General wollen wir hier auch lassen. Vielleicht nehmen wir die Ägypter ihn mit. Vielleicht wird er aber auch von einem unglücklich platzierten Friendly Fire Pfeil erwischt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist natürlich hier so, dass ich die bessere Position habe, weil ich auf den Hügel bin und nach unten gibt es ein bisschen Boni. Ähm. Ja. Hier sind 3 Pekiniere. 4, 5, 6. Puh. Das wird auf jeden Fall heftig. Das heißt, wir werden unsere... Warte hier. Okay. Ich stelle meine Kamele immer immer auf die falsche Seite. Ähm. Die Kamele immer da aufstellen, wo seine... Wo seine Kavalleristen sind. Weil... Ähm. Ja. Kavallerie ist nicht so heiß auf... Ähm. Auf Pferde. Die haben Angst vor Pferde. Okay. Okay. Vor Pferden. Die Pferde. Ja. Gut. Dann mach ich mal so. Dann mach ich mal so. Äh. Die Elefanten im Klo. Äh. Elefanten. Danke. Okay. So. Ich muss schauen, dass ich auf jeden Fall die Pekiniere ausschalte. Währenddessen greife ich natürlich hier schon mal an. Wir erwarten eure Befehle. Schnell vorrücken. Freitwagen. Okay. Eure Befehle. Hier. Hier. Straight rein, bitte. Jetzt ist er natürlich auf die andere Seite mit seinen Kamelchen. Äh. Mit seiner Infanterie. Da wollt ihr... Alter. der haut ja jetzt rein okay so am besten auch einfach elefanten okay ich muss schauen dass ich eine unserer einheiten ist das ist in ordnung ja ist einfach hierdurch okay ich versuche mal hier das ist gut also ja so früh ist eigentlich noch nicht gut so früh ist es noch nicht gut also eine pikniere ich bin eine pikniere habe ich nicht von hinten erwischt es ist mega schlecht unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schändlicher anweg das ist mega schlecht eine unserer einheiten ist der raserei geraten seine pikniere sind halt auch sind halt auch als sehr gute pikniere also er hatte er hatte glaube ich drei königliche diese natürlich heftig unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg ja ich hatte es nicht so im blick dass er so viele pikniere hat die nähe sind natürlich ultra gut gegen gegen kavallerie die sind natürlich sehr sehr gut die sind natürlich sehr sehr gut die sind natürlich sehr sehr gut okay ja jetzt versuche ich hier von beiden seiten wieder anzugreifen lang angriff unsere männer fliehen vor der schlacht das ist auch ein problem mit den ganzen elefanten die verstopfen hier alles da kann ich keinen guten ansturm mehr machen ja so der elefant ist so krass die hatten gerade ihre piken nicht an und konnt ganz easy noch machen ist immer so Das ist eine relativ unschöne Sache, wenn die einfach so mitten im Kampf noch ihre Pieken anmachen können. Ok, das war ein wichtiger Charge, die Pieken waren gerade aus, drei Tage lenke ich mal hier zur Seite. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anstrengung. Schade, der konnte jetzt auch echt ein bisschen arg ärgerlich manchmal. Von allen Seiten, schön. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wie laufen eure Befehle? Das sind halt... ja... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anstrengung. Schade, weiter! Noch mal ein Charge. Und jetzt sollte er eigentlich weg sein. Das ist eine sehr, sehr teure Schlacht. Ich habe mich auch echt dumm angestellt, muss ich zugeben. und ich habe mich auch schon lange von denen hin. Ich kann euch nur noch mal hier spielen. Mh... Ich hab mich auch gerne bei Ihnen gesehen. Ich habe mich auch nicht in den altri Seiten. Aber ich werde mich auch nicht in den altri Seiten haben. Ich werde nicht in den letzten Jahren gar nicht in den letzten Jahren. Ich habe die Elefanten straight reingeschickt, ich hätte noch mehr mit den Peltasten, also mit der Plankler-Kavallerie spielen müssen, aber ich bin dann zu schnell all-in gegangen. Oh. Schönes Bild. Was ist denn los? Irgendwie heute die Aufnahme? Ja, ich hätte echt gerne gesehen, was da los war. Wie viele Kälte ich gemacht habe und so. Äh, was ist denn los? Äh. Okay, auf jeden Fall. Warte mal. Oh je, oh je, oh je. Gut, also. Ähm. Ich glaube, der da war ganz gut. Und der da, nee. Irgendeiner hatte noch... Wie hat der da was? Uh. Okay, aber das da ist mega gut. Dass ich so wenige verloren habe. Das ist echt gut. Äh, genau. Er ist tapfer im Kampf gefallen. Gut, warte mal. Äh, ich mache mal kurz, äh... Äh, äh, Cut. Gut. Und da sind wir wieder. Ähm. Ja. Sehr, sehr schade, dass wir nichts gesehen haben. Oh Mann. Äh. Äh, hätte mich echt interessiert, wie viel, ähm, ich geschlagen habe. Aber naja. Gut. Ähm. So. Also das da ist eine sehr wichtige Einheit hier. Äh, der ist befördert worden. Das ist gut. Die Nahrung brauche ich gerade eigentlich nicht, aber okay. Ähm. Die hätte ich auch gerne angegriffen. Ähm. Aber wenn ich schon mal dabei bin. Hier ein Elefant mehr, oder? Dann habe ich hier insgesamt vier Elefanten. Zwei, vier, sechs. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei Sechelstreitwegen, ja. So. Dann mache ich ein Elefant. Äh, Sechelstreitwegen sind an sich auch extrem wichtig. Wir können halt extrem krass bei leichten, ähm, bei leichten Einheiten reinhauen. Aber gegen so eine, ja, Formation sind die eigentlich eher weniger geeignet. Naja, schauen wir mal. Oh. 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 Aber das ist kein Problem. Der stellt 4.500 Leute auf. Ich habe 1.000... 2.300. Und vier Pigniere. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie er das schaffen will, aber... Er hat sehr... Er hat sehr... ...ultra viel... ...Fernkämpfer. Also an sich hat er... ...ne First Deck, äh... ...Fernkämpferarmee. Armee. Ups. Da sind vor Schreck... ...meine Kopfhärer runtergefallen. So. Ähm. Okay. Was ist das denn für eine... ...Siedlung? Ah, das ist die Siedlung. Ah, genau. Da habe ich mich immer hier... ...eingebunkert. Mhm. Mhm. Oder ich mache es dieses Mal anders. Ich mache es anders. Ich mache es komplett offen. Soll der doch herkommen. Soll er doch herkommen. Soll er doch herkommen. Soll er doch herkommen. Den da. So. Okay. Ähm. Die da. Keine Ahnung. Können hier aufpassen. Oh. Ja. Das sollten sie vielleicht. Oder ich mache es noch offen. Ja. Ja, vorbei. Ich mache es teilweise offen. Wir erwarten eure Befehle. Ja. So. Wir erwarten eure Befehle. auf. Ähm. Ich weiß halt nicht woher die anderen kommen. Das ist ein bisschen problematisch. So. So. Die passen hier auf. Die Kavallerie ist hier. Die Kavallerie ist hier. Und die sind dazu da um die dann nicht hier festzunageln. Natürlich von da. ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Sch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Ähm. Dann müssen wir etwas umplanen. ja gut die von der anderen seite sind halt die sind jetzt eigentlich schon vor ort das wird sehr sehr problematisch das wird sehr eine unserer einheiten ist der raserei ich hasse es dieser plopp nervt immer unser general wird angegriffen die da machen halt auch nichts ich fahre hier einfach mal durch das hat geklappt hier einfach geht einfach durch okay gut das war das der hat auch einfach mal durchfahren mal schauen wer das funktioniert wir sind halt schwach gegen feindliche kavillerie jetzt umrunden die einen also einen mich machen gerade auch gute arbeit okay die schlacht wendet sich zu unseren nutzen wieder raus die haben alle schön aufgehoben 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 aufgelöst auf gehalten jetzt hat gut die haben sehr gute arbeit geleistet heute pfane war dann auch super junge 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 das war sehr erfolgreich great krass das hätte ich jetzt nicht gedacht aber zum glück hatte ich zum glück hatte ich sehr sehr viele fernkämpfer ich hole die mal kurz her ich hole die mal ganz kurz her und die fahren einfach mal ganz easy durch die durch die schlangen durch wir lassen mal die pferde tun was sie am besten tun die musik jetzt gerade ein bisschen zu stressig oder kann das sein wir sind halt wie so ein rasenmäher irgendwie schon schon echt brutal ja gut ich glaube die schlange ist jetzt fast komplett weg gut 2300 aufgestellt gegen 4500 fast 500 verloren habe ich 3900 getötet 688 400 und 300 die waren sehr erfolgreich ja aber er hatte halt auch keine guten defensiv einheiten also hier also mit der zweiten armee hier das war übrigens realistisch dass er von zwei seiten angreift ist ja gut hier hatte er ganz viele fernkämpfer und der östliche sperrkämpfer ist die ein einstiegs ding also ja nicht wirklich gut 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 dann ach jetzt kommt der zweite das ist mega schlecht das ist gut aber er hat auch fernkampfeinheiten das könnte problematisch werden gut auf jeden fall das kommt dann in die nächste folge ich danke euch fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020